Die stetige Verbesserung der Strassenverkehrssicherheit ist auch weiterhin ein Kernanliegen des Astra. Strassenverkehr soll Freude machen oder einem Zweck dienen und in der Regel einer Mischung aus beiden. Es soll aber nicht zu fatalen Folgen führen für unsere Kundinnen und Kunden. Genau dort setzt das Paket Viasigur an. Das ist ein Riesenerfolg. Wir haben die Zahlen der Getöteten und Schwerverletzten massiv verringern können und wir möchten das auch in Zukunft tun. Wo wir dabei ansetzen werden, zum Beispiel bei der Infrastruktur, aber auch bei den fahrzeugseitigen Massnahmen, das würden wir sehr gerne mit Ihnen am Forum diskutieren und Ihnen einen Einblick geben aus der Werkstatt zur Verbesserung der Strassenverkehrssicherheit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.